Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen, aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Woher weißt du das? Wie kannst du dir so sicher sein? So was weiß man einfach. Sofort. Frau Schmarrnbeck, was gibt es für ein Problem? Diese Kundin, Frau Mühlbert, möchte Ihnen etwas sagen. Guten Tag. Ich will einfach nur Geld abheben und Ihre Kollegin hier, die kommentiert meinen Kontostand in aller Öffentlichkeit. Und will mir mein Geld nicht geben. Das ist die absolute Höhe. Bitte beruhigen Sie sich. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. So. Mhm. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Die 75 Euro für das Fitnessstudio, die haben sich auch nicht ausgezahlt. Das ist die 70 Euro für das Fitnessstudio. Das ist die 81 Euro für das Fitnessstudio. Ich bin ein500 Euro für das Fitnessstudio. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020